Und Keine ist älter als 24 Stunden. Meinst du, sie hat illegal was runtergeladen? Nein, die wurden mit dem Mikrofon eines Laptops aufgenommen. Ich schätze, sie hat mündliche Kommentare während des Tests aufgezeichnet. Ich ordne sie nach den Zeitangaben. Vielleicht hat sie kurz vor ihrem Tod noch was gesagt. Also, sie saß auf dem Beifahrersitz. Ich nehme mal an, dass sie angegurtet war. Wenn sie an irgendwas gefesselt war, was könnte das gewesen sein? Mackey! 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 Mackey, hilf mir! Mackey!